Ja, willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. Diesmal am Anflug auf Duna. Wo wir da sind, wollte ich erstmal mein Scansat abdocken. Da macht er sich auf den Weg. Der ist ja schon in der Zielumlaufbahn, wo er hin soll. Dass er auf eine Polargeschichte einschwingt. Ja, das wird er auch. Allerdings ist da ja unser Kerbal Explorer eher eine Polarumlaufbahn einschwingen. Genau, hier wird man dann sogar Ike treffen. Was wir aber gar nicht vorhaben. So, jetzt richten wir uns mal aus. Mit allem müssen wir dann ein bisschen eher bremsen. Damit wir nicht gleichzeitig Manöver fliegen müssen. So. Also schauen wir uns das an und schauen, ob es ACS uns da helfen kann. Kann es zwar, aber vielleicht geht das auch mit Düsen. Und den Rest machen wir mit ACS. So. Also. Zwei Schiffe unterwegs nach Duna. Schauen wir mal, wie sie hier einfliegen. So. Also Manöver hinzufügen. Das ganze bisschen. Kreisrund machen. Und es muss noch ein bisschen übrig bleiben, Treibstoff. Wieder eine Minute zünden. Ja, das könnte gehen. So. So. Jetzt wechseln wir mal das Schiff. So. Ahja. So. Fügen wir mal Manöver hinzu. Gar nicht so einfach hier den Punkt zu erwischen. So. So. Ungefähr. So. Wieder zurücknehmen, weil das brauchen wir nicht. Gut. Und wir wollen eigentlich bremsen. So muss mal so. So. Jetzt vergleichen wir mal, wer eher sein Manöver fliegt. So. 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 Der hat. Einen Tag, fünf Stunden, eine Minute. Und der? Einen Tag, fünf Stunden, vier Minuten. ok der ist drei minuten später so zwar knapp aber nehmen wir den der zuerst kommt wenn wer zuerst kommt mal zuerst erst mal in die nähe vorspulen waren noch gar zu weit entfernt richten wir uns schon mal aus schalten das triebwerk wieder an jetzt spielen wir bis zum entscheidenden manöver vor so und jetzt geben wir mal vollgas offensichtlich hat er genug sprit zum bremsen mal ein wenigen in der kurzen zeit ist ja der andere auch schon dran mit seinem manöver natürlich auch aerobreaking machen können indem wir in der atmosphäre eingetaucht wird aber dafür sind wir die ganzen teile die hier dran sind zu fragil gut am halbschiff stoff wird es nicht liegen das schaffen wir und jetzt sind wir in der polaren umlaufbahn jetzt bremsen wir uns noch auf dem gescheiterten ja drunter so erstmal so nun schnell zur ortungsstation und das andere schiff auswählen weil das zwei minuten ausrichten reicht mit ausrichten 830 ja das schaffen wir auf jeden fall mit unserem treibstoff ich probiere mal noch eine halbe minute vor so vielleicht gucken ja das sieht doch schon ganz ordentlich aus das ist ich Untertitelung des ZDF, 2020 Gut Jawohl, Kreisrunde, Parkbahn Gut, also wir haben unser Ziel schon mal erreicht, mit beiden Nicht schlecht Und jetzt geht's ans Scannen Von Duna, so Also, abtasten Dauert ein bisschen lang Ja Gut, das hätten wir schon mal Sehen wir, wo Ressourcen vorhanden sind So Aber was uns eigentlich interessiert Ist die Karte Dazu Machen wir einen multispektralen Scan So Synchronisieren Dann fliegt es immer mit So Und jetzt die Weltkarte Hier sieht man noch schön Windmus, die haben wir beide besucht Steht jeweils eine Flagge Aber es ist ein Himmelskörper hinzugekommen Dort haben wir unseren Streifen Und den wollen wir jetzt möglichst ausfüllen Wenn wir zu tief sind Wenn wir zu tief sind, müssen wir eventuell noch ein bisschen höher fliegen Das stellen wir fest Aber erstmal hier ein bisschen beschleunigen Und frischen die Karte auf Ja Und dann ist das zu lange gedauert Wir haben hier ein bisschen Beschleunigt die Scannung So Die Kappe haben wir schon Die eine zumindest Und jetzt lassen wir das so laufen Und ich melde mich wieder Wenn wir vollständig gescannt haben So Die Karte ist fertig Und wir haben Eins, Zwo, Drei, Vier Easter Eggs gefunden Die gilt es als nächstes Anzufliegen So Wir sind wieder zum Kerbel Explorer gewechselt Die Karte war ja Vollständig Und jetzt wissen wir Wo wir hin müssen Und jetzt müssen wir Die hohe Umlaufbahn Etwas reduzieren Um in die Nähe Der Easter Eggs Hier zu kommen Da sind zwei Und da ist eins Und da ist noch eins Aber erstmal Das hier würde ich sagen Und dann können wir Hier rüber springen Also spuren wir mal In der hohen Umlaufbahn Erstmal in eine niedrigere Das sollte reichen Und jetzt Kleine Zündung So Als nächstes Lassen wir mal hier schwenken Lassen wir mal hier schwenken Lassen wir auch hier hoch zukommen Wo wir hinwollen Das liegt genau In der Mitte Einer Erhöhung So Das reicht schon So und wenn wir jetzt hier sind Wir sind eigentlich noch nicht In der Atmosphäre Müssen wir eine stärkere Bremsung machen Dass wir jetzt in der Nähe runterkommen 20 Sekunden Dürften wir auch noch Treibstoff haben Ah Duna hat sich ein bisschen unter uns Weg gedreht Also korrigieren wir das noch ein bisschen Habla So Und so Und schon mal die Solarzellen einfahren Dass sie uns nicht abbrechen Wenn wir unter Atmosphäre eintreten Ist natürlich über Duna nicht so hoch Aber trotzdem Und so So, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Naja, in der Nähe. Aber wir werden ja hier irgendwo abgebremst von der Atmosphäre. Und machen die Bremsen an. Die Luftbremsen. So. Wir sind schon in der Atmosphäre. So. 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 Richten wir uns mal zur Oberfläche lieber aus. So, noch 20. Na ja, den Abstand müssen wir dann mit dem Rover schaffen. Aber langsam soll ich mal ein bisschen was wir an Pfeilschirm zur Verfügung haben raus tun. Und vielleicht auch schon mal ein bisschen das ganze bisschen verlangsamen. Damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, nicht in den Boden zu rammen. Jetzt werden wir wieder schneller, weil ich nicht mehr bremse natürlich. Aber ich hoffe, die Fallschirme öffnen sich gleich. Und bremsen uns noch ein Stück weiter ab. Die Hauptschirme sind auch wichtig, dass die aufgehen. Möglichst bevor wir im Boden versinken. Ja, sind trotzdem ziemlich schnell. So, da ist unser Schatten ziemlich unter uns. Und wir sind auf Duna gelandet. Etwas schräg, aber wir stehen. Ja. Super. Und als nächstes. Schauen wir erst mal, was da Rover zum... zur Anomalie sagt. Ah. Phase. In 5,6 Kilometer. Gut. Dann machen wir jetzt mal hier noch die Antenne auf. Weil es einfach schöner ist mit Antenne. Und fahren die Leitern aus. Ja, die Antenne ist ein bisschen vor der Leiter. Also machen wir lieber aus, wenn die Leiter nicht ausgefahren sind. Ja. Und Shep steigt mal aus. Und er nimmt seine ersten Schritte auf Duna. Sieht ihr auch, die Leiter ist länger geworden. Weil natürlich dieser Isru jetzt dazwischen hängt. Aber dafür gibt es keine Probleme mehr beim Umsteigen oder so. Naja, egal. So, holen wir mal den Rover. Und gehen zum Phase, was in 5,5 Kilometer Entfernung sich befindet. So. Also. Bremsen lösen und erst mal ganz vorsichtig. Ja, ich bin gerade gegen ein Triebwerk gefahren. Auf geht's. Das Duna-Face ist ein Äquivalent zum Mars-Gesicht. Aber im Mars wurden ja in 70er Jahren... Ne, in 60er Jahren war es eine Mars-Sonde. Ist da hingeflogen. Und in 60er, 70er Jahren mehrere Sonden. Der erste war in den 60ern. Und da wurde fotografiert, Oberflächenfotos gemacht. Und da war man erst mal sehr erstaunt, dass da keine Pflanzen wachsen und nichts los ist. Sondern eher Einschlagsgrater und sowas. Da war man ein bisschen enttäuscht. Aber eine Sonde hat da eine lustige Steinformation gesehen, die entfernt einem Gesicht ähnelt. Und die NASA-Wissenschaftler... Was ist das? Moment. Das ist schon die erste Anomalie, die wir hier sehen. Ein sogenannter fliegender Stein. Kann man hoffentlich drunter durchfahren, ja. Ja, und das sah einem Gesicht ähnlich. Und dann hat man gesagt, naja, vielleicht ist das ja von einer alten Zivilisation oder so. Aber es war dann doch nur ein Berg, der zufällig so geformt war. So, und das schauen wir uns jetzt an. Weil das hier kann kein Zufall sein, wenn wir dort sind. So, ich sollte auch nicht zu geschwind sein, weil die Kollisionstoleranz nicht sehr hoch von unserem Rohr war. Also heißt es noch ein bisschen Geduld haben. Aber zumindest sind wir sicher gelandet. Das ist auch schon mal was wert. Ich schneide dann ja wieder rein, wenn ich in die Nähe komme. So, wir nähern uns der mysteriösen Felsformation. 750 Meter dort vorn. Ja, und Jep freut sich. Ich habe inzwischen den Mod EVE wieder installiert. Und woher kann ich gegen den Felsen fahren. Auch wenn die aktuell keine Kollisionsobjekte darstellen. So rechtzeitig bremsen. Weil diese Anomalie hat ein Kollisionsobjekt und da kann man dagegen fahren. Und seinen Rover schrotten. Das möchten wir ja nicht. So. Also schauen wir uns das mal näher an, dem wir erstmal bremsen. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Sehen. Gut. Also Jep, steig mal aus. Und er freut sich sehr. So, jetzt kann man gleich mal probieren, ob RCS oder AFS, wie es jetzt heißt, hier funktioniert. Und man sieht, man kann im Gegensatz zu Kirby tatsächlich auf Duna mit RCS steigen. Oder mit einem Jetpack. Ja. Und jetzt schauen wir uns das mal von oben an. Wow. Äh. Also schauen wir uns das mal von oben an. So sieht es aus. Easter Egg. Das berühmte Duna-Face oder Duna-Gesicht. Ein mysteriöser Felsbrocken. Ja. Mitten auf Duna. Jetzt mal mal gucken, was aus Jep geworden ist. Ah, steht hier. Also das Kollisionsobjekt ist leider an der falschen Stelle. Ich fliege hier wieder raus. Jetzt kommt er langsam wieder durch die Oberfläche. Ich versuche mal rückwärts zu fliegen. Ui. War ein bisschen hart der Aufprall, aber was soll's. Ich wollte eigentlich obendrauf eine Flagge stecken, aber wenn ich unter der Oberfläche bin, dann ist das nicht so cool. Wir können ja mal gucken, ob am Anfang das auch so niedrig ist, das Kollisionserwegt oder zu klein. Kann auch sein, wenn man die Details runterschraubt. Ja, jetzt stehe ich am Rand. Das sieht eigentlich gut aus. Jetzt klettern wir mal. Besser meint, wir wären oben. Also klettern wir quasi am Mund hoch. Ja, da kann man ihn quasi erklettern, aber nicht erfliegen. So, jetzt zum Beispiel mal oben. Ich würde sagen, da tun wir hier ein kleines Bärtchen aufsetzen an die Stelle in Form einer Flagge. Gut, also pflanzen wir die mal auf. Erstmal nehmen wir eine Probe. Im Boden scheint es Spuren von Wasser zu geben. Ah, verrückt. Und Ivi Ebericht. Vom Nordostbecken. Du siehst rot, wo du auch hinblickst. Diese Oberfläche besteht aus körnigen, fein sandähnlichen Staub, der überall zu sein scheint. Okay. Und jetzt bleibt uns noch die Flagge aufzustellen. Ja, und der Ortsname, der ist natürlich Duna Gesicht. Und er hat eine mysteriöse Alienkultur ihre Spuren hinterlassen, sozusagen. Und sie sehen Körbels nicht sehr unähnlich. Oder sahen, weil möglicherweise ausgestorben. Wie schon vorher mal erwähnt, gab es da ja mal eine Story zu diesen Sachen. Und die Erbauer dieser Anomalien, Easter Eggs, die sahen also Körbels sehr ähnlich. Die quasi einem äußeren Planeten des Körbelsystems gewohnt haben, der dann, beziehungsweise einen Planeten, den es mal hinausgetrieben hat aus dem Körbelsystem. Und der jetzt ganz kalt ist und den man später hätte finden können, wenn diese Story fertiggestellt worden wäre, was er nicht wurde. Leider. Ich hätte gern das alles erkundet. Weil ich finde das cool hier, dieses Duna-Face. Ein sehr schönes Easter Egg, beziehungsweise Anomalie. So, also steigen wir wieder ein. Ja, und jetzt hat er ein Fähnchen auf der, naja, Oberlippe. Gut. Also, wir wenden. Und in 5,6 Kilometer ist unser Schiffchen. Da fahren wir wieder hin und ich, ja, das dann wieder wegschneiden, die Fahrt. Weil, naja, sehr viel Aufregendes passiert hier nicht. Aber es sieht doch sehr schön aus, hier dieses, diese leichte Atmosphäre und Dunst da unten. Hat es in KSP Stock noch nicht geschafft. Aber mit Mods kann man das alles ein bisschen aufhübschen. Da gibt es dann sogar manchmal Stürme auf Duna. So, aber wir waren ja nicht in den Sturm geraten. So, wir fahren jetzt zurück. Also, bis gleich. Ja, ich bin mit meinem Rover wieder angekommen. Habe hier angedockt, wie man sieht. Leider habe ich zu spät auf Aufnehmen gedrückt. Bin praktisch eingestiegen, habe die Fallschirme neu gepackt. Man sieht, sind auch die Bremsen noch voll angezogen. Also, die Luftbremsen, die muss ich dann natürlich lösen und wieder losgehen. Und wir haben angefangen mit einer Bohraktion, um unseren Treibstoff hier wieder aufzufüllen. Aktuell haben wir ja noch Erz drin. Das wird relativ schnell abgebaut. Wenn ich den isru, habe ich auch schon angeschaltet. Der macht wieder flüssig Treibstoff und Oxidator. Und ja, ich spule jetzt mal vor, bis es wieder voll ist. Kleinen Moment. Es sind wieder voll. Sogar voll Erz. Also, können wir das wieder stoppen. Und diesmal fahren wir die Bohrer aber ein. So. Jetzt werden sie eingefahren. Ja, und jetzt fahren wir zum nächsten Easter Egg. Allerdings habe ich was gemerkt. Ich habe noch was vergessen. Ich fahre die Leiter nochmal aus. Aber hier oben haben wir ja auch noch Fallschirme. Und die habe ich natürlich nicht neu gepackt. Aber wenn wir schon Fallschirme haben, da wollen wir natürlich alle neu packen. Ich gucke mal, ob ich die von hier gepackt kriege. Einmal. Zweimal. Dreimal. Der auf die Rückseite. Weiß nicht, ob ich da rankomme. Tatsächlich. Jeb hat lange Arme. So. Und jetzt sind alle Fallschirme wieder gepackt. Und wir steigen wieder ein. Und tun die Leiter wieder einfahren. Als nächstes lösen wir mal die Bremse. Die Luftbremse. Die Roverbremse soll möglichst, äh, die Bremse der Landebeine soll möglichst anbleiben. So. Ja. Und die Solar. Haben wir noch genug Strom? Ja. Die müssen wir auch mal einfahren. Bei so einer Flugreise. Naja. Ein bisschen schwierig. So. Jetzt gucken wir mal, wo das nächste gelegene Easter Egg ist. Hier drüben. Also wählen wir es mal. Als Ziel an. Und fliegen nochmal hin. Also wir müssen nach Osten fliegen. Und jetzt starten wir mal. Gucken, ob wir das erwischen. Also auf nach Osten. Ein bisschen nach Nordosten, wie es scheint. So, würde ich erst mal sagen, dass es ungefähr stimmt. Jetzt gucken wir uns das auf der Karte an. Sehen, wie viel Schub wir brauchen, um dort in die Gegend zu kommen. Ein Stück kann man ja mit dem Rover fahren. Aber ganz so weit wie jetzt, wollte ich nicht mit dem Rover zurücklegen. So. Wir müssen ein bisschen mehr hier rüber zu. Sonst kommen wir zu weit weg. So. Ungefähr. Wie man sieht, die Atmosphäre, die bremst uns schon wieder sonst wohin. Beziehungsweise wir machen gerade Rolle. Na, ich warte erst mal, bis wir ein bisschen höher sind, dann bremst uns die Atmosphäre nicht so stark. Beziehungsweise gerät uns nicht so stark ins Trudeln, wenn wir eine gewisse Höhe haben. Und dann können wir uns wieder ausrichten. Ich bin halt nicht besonders aerodynamisch mit dem Schiff hier. So, jetzt sind wir schon ziemlich hoch und jetzt wollen wir uns mal in Flugbahn ausrichten. Und noch ein bisschen Gas geben. Sehen wir mal. Manöver. Manöver. So, vielleicht. Sehen wir mal, ob wir das schaffen. Vielleicht nicht ganz so weit. Ja, wir kommen hin. Wir haben noch 34 Sekunden. Also wir sind jetzt ausgerichtet. Nach 11 Sekunden müssen wir brennen. So, das können wir wieder ausmachen. Das kostet nur unnötig Monotreibstoff. Und jetzt geben wir Gas. So. Das wenden wir. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil wir bis wir hier sind, anderthalb Minuten. So, jetzt geht es wieder runter. Und jetzt machen wir schon mal die Luftbremsen an. So, 12 Kilometer. Ich würde schon mal mit dem Triebwerk ein bisschen bremsen. So, Fallschirm mal raus. Die anderen lösen gerade nicht aus. Muss ich noch weiter bremsen. Jetzt lösen sie aus. So. Ach so. Fahrgestell wäre mal nicht schlecht. Oh, wir sind mal schon wieder ziemlich weit unten. Etwas hart, aber wir sind erfolgreich gelandet. Okay. Ein bisschen noch schräge. Tja. Und wo soll jetzt ein Easter Egg sein? Gucken wir mal auf der Karte, wie weit wir verfehlt haben. Wir können ja auch noch einen kleinen Sprung tun. Schauen wir erstmal, wo wir sind. Ein Randolit in 4,72 Kilometer Entfernung. Aber was es mit dem auf sich hat und möglicherweise mit dem nächsten Easter Egg, was danach kommt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Macht's mal gut. Euer Astronir. Euer Astronir. Euer Astronir. Euer Astronir.